Was ist die Kärntner Zeitgeschichte? Wenn man die Kärntner Zeitgeschichte betrachtet, dann fällt auf, dass seit 1918 fast alle Kärntner Landeshauptmänner vor der Zeit aus ihren Ämtern scheiden mussten. Das heißt vor Ablauf der Legislaturperiode. Die Gründe waren sehr unterschiedlich. Einerseits mussten sie aufgrund veränderter politischer Verhältnisse gehen, andererseits aufgrund von persönlichen Verstrickungen und es gab nur ganz wenige Landeshauptmänner, die sozusagen zur üblichen Zeit und ohne größere Probleme ihre Ämter verlassen und in den Ruhestand übertreten konnten. Einer der Landeshauptmänner, der unter besonders dramatischen Umständen vor der Zeit aus seinem Amt scheiden musste, war Hans Simer, der Kärntner Landeshauptmann von 1965 bis 1974. Simer stammte aus dem Kanaltal. Er entstammte einer sozialdemokratisch orientierten Familie. Die Familie hatte wohl slowenische Vorfahren. Hans Simer selbst aber hat sich immer nachdrücklich zur deutsch sprechenden Volksgruppe bekannt. Nach dem Ersten Weltkrieg kam ja das Kanaltal zu Italien und die Familie Simer übersiedelte nach St. Veit an der Glan, wo der Vater eine Anstellung als Straßenarbeiter fand. Der junge Hans Simer erlernte in Klagenfurt den Beruf des Kaufmanns, diese Lehre abgeschlossen, aber er hat sich schon sehr frühzeitig begonnen, in der sozialdemokratischen Bewegung zu engagieren. Auch in der Gewerkschaft war er aktiv und nach dem Parteiverbot 1934 und der Errichtung des autoritären Regimes hat er weiter für die Untergrundorganisation der Sozialdemokraten, den revolutionären Sozialisten gearbeitet. Er wurde verhaftet und unter Anklage gestellt und musste einige Monate wegen Hochverrats, wie es hieß, im Gefängnis verbringen. 1938 kam der sogenannte Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland. Simer war zu dieser Zeit arbeitslos. Er tauchte zunächst unter, weil er befürchtet hat, als engagierter Sozialdemokrat von den Nationalsozialisten verfolgt zu werden. Er hat sich aber politisch sehr zurückgehalten, nachdem er nach St. Veit zurückgekehrt ist. Er hat sich nicht mehr politisch engagiert und bekam eine Anstellung im öffentlichen Dienst. Er wurde aber dann sehr bald zum Arbeitsdienst einberufen und später auch zur deutschen Wehrmacht. Am Kriegsende war er an der Ostfront im Einsatz und in Ostpreußen wurde er bei einer Kampfhandlung schwer verwundet. Zu Kriegsende ist er dann nach Kärnten zurückgekehrt und hat sich sofort wieder der Sozialdemokratischen Partei zur Verfügung gestellt. Er wurde zunächst Bezirkssekretär in Klagenfurt und ab 1946 Landesparteisekretär der Sozialdemokratischen Partei in Kärnten. In dieser Funktion hat er großen Einsatz gezeigt, beachtliches Organisationstalent. Es ist ihm gelungen, die Partei in Kärnten organisatorisch wieder aufzubauen. Ferdinand Wedenig wurde Landeshauptmann und Parteiobmann, mit dem er sehr eng zusammengearbeitet hat, zumindest für viele Jahre. Einerseits war also Siemer durchaus anerkannt als tüchtiger Landesparteisekretär. Andererseits hat er sich aber wegen seines mitunter sehr deutlich zur Schau getragenen Ehrgeizes und seiner Karriereabsichten bei vielen Genossinnen und Genossen unbeliebt gemacht. Man hat also viele Jahre versucht, Siemer auf dem Posten des Parteisekretärs festzunageln und zu verhindern, dass er zu höheren politischen Weihen aufsteigt. Erst 1956, da war er schon zehn Jahre lang Parteisekretär, ist ihm der Eintritt in die Kärntner Landesregierung gelungen, wurde Landesrat, später Landeshauptmann-Stellvertreter und er hat das Finanzreferat übernommen und es ist ihm gelungen, eine sehr sparsame, aber doch wirkungsvolle Finanzpolitik zu betreiben. Sein großes Ziel war allerdings, Landeshauptmann und Parteihauptmann der SPÖ in Kärnten zu werden. Das ist sehr bald sehr vielen klar geworden. Politische Konkurrenten hat er auf mehr oder weniger unsanfte Weise an den Rand gedrängt oder abgeblockt. Besonders spektakulär war die Auseinandersetzung mit einem seiner Konkurrenten, dem damaligen Arbeiterkammerpräsident Paul Truppe. Es gab politische Differenzen. Truppe wurde schließlich als Arbeiterkammerpräsident abgesetzt und aus der Partei ausgeschlossen. Damit ist Siemer einen ernsthaften Konkurrenten um das Amt des Parteihauptmannes und Landeshauptmannes los gewesen. 1965 stand der Wechsel an der Spitze des Landes und der Partei an. Wedenig wäre zwar noch gerne länger Parteihauptmann und Landeshauptmann geblieben, obwohl er die Altersgrenze bereits überschritten hatte. Aber Siemer ist es gelungen mit Hilfe des Netzwerkes, das er in seiner Zeit als Parteisekretär aufgebaut hat, Wedenig auszubremsen und der langjährige Landeshauptmann ging in den Ruhestand. In einer Kampfabstimmung mit dem Lavantaler Parteichef Hans Scheiber und der zugleich Arbeiterkammerpräsident war, hat Siemer für sich entschieden und er wurde Parteiobmann der SPÖ und Spitzenkandidat bei den Landtagswahlen 1965. Danach wurde er zum Landeshauptmann von Kärnten gewählt. Er ist zugleich an die Lösung wichtiger Aufgaben herangegangen. Erwähnt sei etwa der Bau der Dauernautobahn, das war ein besonderes Anliegen. Die Errichtung der heutigen Universität Klagenfurt, der damaligen Hochschule für Bildungswissenschaften. Die Betriebsansiedlungen waren für ihn wichtig. Siemens kam damals nach Villach, heute Infineon. Die Seenreinhaltung wurde ein Thema. Für den Fremdenverkehr hat er sich sehr interessiert. Und natürlich Alpenadria war ihm ein Herzensanliegen, also die Zusammenarbeit zwischen den Nachbarregionen Kärnten, Freil, Julisch-Venezien und Slowenien. Die Zeichen standen also gut, bei der Landtagswahl 1970 Erfolg zu haben und so kam es auch. Die SPÖ erzielte bei den Landtagswahlen 1970 zum ersten Mal die absolute Mehrheit, 20 Mandate von 36. Und darauf aufbauend meinte Siemer auch einige heikle Fragen in Angriff nehmen zu können. Das erste war die Gemeindestrukturreform. Die Zahl von etwas mehr als 200 Kärntner Gemeinden sollte auf etwa 120 reduziert werden. Das hat große Widerstände hervorgerufen. Die Volkspartei und die Freiheitlichen waren strikt dagegen, aber auch innerhalb der SPÖ haben sich große Widerstände gezeigt. Zuwiderhandelnde Parteigenossen wurden ausgegrenzt oder aus der Partei ausgeschlossen, wie etwa der Bürgermeister von Franschach. Letztlich hat sich Siemer durchgesetzt mit der Gemeindestrukturreform, weil auch die Volkspartei und die Freiheitlichen letztlich eingelenkt haben und bereit waren, diese Gemeindestrukturreform mitzutragen. Möglicherweise hat der erfolgreiche Abschluss dieser Gemeindestrukturreform Siemer in der Absicht bestärkt, auch ein anderes heikles Thema in Angriff zu nehmen, nämlich die Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln im gemischsprachigen Gebiet, so wie das der Staatsvertragsartikel 7 von 1955 vorgeschrieben hat. Die Volksgruppenfrage trat also dann im Laufe der 60er Jahre immer stärker in den Vordergrund. Siemer hat immer an die Toleranz und die Verständigungsbereitschaft appelliert. Andererseits haben sich die Gegensätze in der Kärntner Volksgruppenfrage immer mehr zugespitzt. 1971 ging dann Siemer daran, diese Frage aufs Tapet zu bringen, einer Lösung zuzuführen. Er war wohl die treibende Kraft hinter dieser Ortstafelpolitik. Andererseits war die Frage der zweisprachigen Ortstafeln eine Bundesangelegenheit, aber da gab es zu dieser Zeit die Regierung Kreisky, eine Alleinregierung der Sozialdemokraten, und gestützt auf diese politischen Verhältnisse glaubte man in Klagenfurt und Wien dieses heikle Ortstafelproblem lösen zu können. Siemer hat dann Anfang 1972 einen Vorschlag zur Ortstafellösung nach Wien geschickt und es kam dann Anfang Juli 1972 zur Beschlussfassung des sogenannten Ortstafelgesetzes im Parlament. Politisch stand die Sache allerdings auf schwachen Beinen. Volkspartei und Freiheitliche waren strikt dagegen. Die deutsch orientierten Kärntner Traditionsverbände sind Sturm gelaufen gegen die Ortstafelregelung. Sie haben eine geheime Minderheitenfeststellung als Voraussetzung eines Lösungsversuchs verlangt. Aber auch die Kärntner Slowenen hatten Vorstellungen zur Lösung der Ortstafelfrage, die deutlich über das hinausgingen, was die Politik vorgehabt hat. Insofern waren die politischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lösung der Ortstafelfrage Anfang 1972 nicht gut. Aber auch innerhalb der SPÖ hat es sehr starke Widerstände gegen eine Ortstafellösung gegeben. Und trotz dieses Gegenwins, der von allen Seiten entgegengeweht hat, haben Simmer und Kreisky sich entschlossen, diese Frage endlich einer Lösung zuzuführen. Nicht zuletzt auch aus außenpolitischen Gründen, um Jugoslawien dazu zu bringen, die ständigen Vorwürfe aufzugeben, dass der Staatsvertrag nicht erfüllt sei in Kärnten. Nun, im Herbst 1972 kam es dann zur Aufstellung der ersten zweisprachigen Ortstafeln und es hat nur wenige Tage gedauert, da wurden die Tafeln gewaltsam entfernt von Aktivisten, die die Tafeln gewaltsam weggeschafft haben, übermalt haben, auf sonstige Weise beschädigt haben. Das hat sich immer mehr ausgewachsen, dass sich letztlich hunderte, ja sogar tausende Aktivisten in Autos gesetzt haben, losgefahren sind und gerade in organisierter Form die Ortstafeln beseitigt haben. Die Tafeln wurden zwar immer wieder aufgestellt, aber sehr rasch wieder entfernt. Ende Oktober 1972 kam sogar Kanzler Kreisky nach Kärnten, um die Bevölkerung zu beruhigen und ihnen die zweisprachigen Ortstafeln schmackhaft zu machen. Das hat nicht funktioniert. Kreisky hat die Volkswut in Klagenfurt nach einer Versammlung in der Arbeiterkammer hautnah zu spüren bekommen. Und am darauffolgenden Tag wurde Siemer bei einer Parteiveranstaltung in Völkermarkt mit Eiern und Tomaten beworfen. Darunter waren auch viele Völkermarktergenossen, zumal der Bürgermeister einer Völkermarktergemeinde an der Spitze der Ortstafelstürmer im Bezirk gestanden ist. Also die Kluft ging tief in die Sozialdemokratische Partei hinein und letztlich hat Kreisky das Projekt aufgegeben. Er hat eine Ortstafelkommission einberufen, die eine zufriedenstellende Lösung dieser Frage beraten sollte. Siemer war angeschlagen durch das Scheitern der Ortstafelfrage und es kam dann im März 1973 zu Gemeinderatswahlen. Da ja die Gemeindestrukturreform neue Gemeindegrenzen geschaffen hat, mussten die Gemeinderäte neu gewählt werden. Und bei dieser Gemeinderatswahl, da hat sich die Wut vieler Kärntnerinnen und Kärntner über Siemer und die SPÖ wegen der Ortstafelfrage gewissermaßen ausgewirkt. Und die SPÖ hat deutliche Stimmeneinbußen, vor allem in den großen Städten, etwa Klagenfurt, hinnehmen müssen. Das ist Siemer dann letztlich auf den Kopf gefallen, beim darauffolgenden Landesparteitag der SPÖ hat er die Vertrauensfrage gestellt. Er hat nicht die Mehrheit bekommen, hat knapp verloren, hat sein Amt als Parteihauptmann zur Verfügung gestellt. Er hat dann noch einige Zeit sich gewehrt, dagegen auch als Landeshauptmann in Person geschickt zu werden. Aber im April 1974, genau neun Jahre nach seinem Amtsantritt als Landeshauptmann, ist er als Kärntner Landeshauptmann zurückgetreten und in Pension gegangen. Er hat sich politisch nicht mehr betätigt, einen Versorgungsposten hat er abgelehnt und er hat dann in Ruhe, wenngleich politisch sehr interessiert nach wie vor, seinen Ruhestand verbracht. Und er ist dann im Jahre 2006 gestorben. Siemer war besonders enttäuscht und verbittert über die Haltung seines Landesparteisekretärs Leopold Wagner, der sich noch vor dem Landesparteitag mit anderen Konkurrenten Siemers an der Parteispitze zusammengetan hat, um den Sturz Siemers vorzubereiten. Und Wagner ginge dann am Parteitag als Sieger hervor, wurde Landesparteiobmann der SPÖ und Nachfolger Siemers als Landeshauptmann. Und er hat diese versöhnliche Politik gegenüber der Volksgruppe für die Siemer gestanden, hat nicht fortgeführt, sondern hat auf die Interessen der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung gesetzt. Seine Aussage, ein höhergradiger Hitlerjunge gewesen zu sein, ist ja hinlänglich bekannt. Das ist ja hinlänglich bekannt. Das ist ja hinlänglich bekannt. Abs needigt! Das ist ja hinlänglich bekannt.